So, wir sind wieder da. Und ja, wir machen hier auch gleich weiter mit den nächsten Missionen. Wir dürfen mal wieder gegen die Japaner spielen. Haben wir ja jetzt schon so lange nicht mehr gemacht, nachdem die letzten drei Missionen gegen die Alliierten waren. Willkommen zurück, General. Danke. Ja, mein Freund. Sie wurden befördert. Ich bin sicher, Krukhoffs Verrat war ein ebenso großer Schock für Sie wie für mich. Als mein vertrauenswürdigster Offizier führen Sie jetzt unsere Truppen alleine gegen die, die uns vernichten wollen. Exzellenz, kaiserliche Einheiten haben immer noch einige sowjetische Gebiete unter Kontrolle. Lange aber nicht mehr. Ohne Ihren ehrwürdigen Führer sind Sie nichts wert. Ihren Kaiser. Greifen Sie den Mount Fuji an, General. Zeigen Sie dem japanischen Volk, dass er kein Gott ist, sondern aus Fleisch und Blut. Die Zeit ist gekommen, dass das Reich der aufgehenden Sonne untergeht. Die Dinge sind nicht, wie sie zu sein scheinen. Wenn Sie hören, was ich zu sagen habe, werden Sie an meinem Verstand zweifeln, aber ich spreche die Wahrheit. Also hören Sie, hören Sie. Ich habe eine Maschine konstruiert, mit der man durch die Zeit reisen kann. Verstehen Sie? Wir haben das Raum-Zeit-Kontinuum gestört und die Auswirkungen unserer Arroganz waren mehr als katastrophal. Scherdenko wäre nicht Premierminister. Das Reich der aufgehenden Sonne hätte niemals existiert. Keiner weiß etwas davon, nur wir beide, Kommandant. Mein Leben ist in großer Gefahr. Sie sind ein Held des Volkes, deshalb werden die Menschen Ihnen glauben, wenn Sie die Wahrheit enthüllen. Oh ja, ja. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, General. Ihre erste Anweisung? Der Premier verlangt den Tod von Kaiser Yashiro. Sie müssen in den Palast eindringen, um seine Leibgarde auszuschalten. Alle unsere militärischen und technischen Ressourcen stehen zur Verfügung, General. Für diese beispiellose Luftlande-Operation. Alles Gute. Wir dürfen Apokalypse-Panzer bauen. Der Bundesminister hat die Neutralisierung des japanischen Kaisers angeordnet. Ihre Befehle sind eindeutig. Greifen Sie Kaiser Yashiros Palast an. Eliminieren Sie Kaiser Yashiro. Sorgen Sie dafür, dass der Kaiser nicht entkommt. Ihre Truppen haben bereits mit der Offensive auf den Kaiserpalast begonnen. Viel Glück bei dieser Operation. Invasionstruppen nähern sich. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich weiß, ein Invasionsherr sieht etwas anders aus. Aber Sie müssen den Kaiser finden. Ich veranlasse, dass Sie Verstärkung bekommen. Wir haben einen Rekruten und einen Bären. Bären. In dem Himmel des von Wachen. Schleichen Sie sich in den Garten und suchen Sie den Kaiser. Wie Sie befehlen. Das kann ich. Äh, sind nur noch wir übrig? Schon gewonnen? Für einen Bären ist die ziemlich schlecht gelaunt. Der kommt noch. Ich geh. So. So schnell ich kann. Jawohl. Der baut sich drauf. Beheilung. Jawohl. Gut hat das so lange dauert. Rück vor. Wie Sie befehlen. Gut, dass das keine Alliierten sind. Wenn die da einfach mal so ein Multigun-Geschütz aufbauen, das steht in vier Sekunden da. Ich geh. Ich hasse diesen Job. Rück vor. Ich warte auf den richtigen Moment. Ey, jetzt sehen wir ihn. Das heißt? Jawohl. Schon gewonnen? Ich mache Premierminister stolz. Gut, dass Sie so wenigstens mit dem Chat-Tango nicht landen. Jawohl. Nicht überfahren lassen. Mann, ist das langweilig. Natürlich. Ich wünsche dich wie auf einer schwimmenden Festung. Rück vor. Anspielung. Lenken Sie die Truppen ab, um Sie vom Garten wegzulocken. Neues Einsatzziel erhalten. Endlich ein echter Krampf. Ach, du musst abmachen, ne? Aber ich dachte, der Bär könnte mal seine Fichtern ändern. Ich habe gehört, die Gescher des Tenors will eine Runde schwimmen. Das habe ich erreicht. So schnell ich kann. Neues Einsatzziel erhalten. Ach, bei mir hat sich das Spiel aufgehängt. Schon gewonnen? Ich liebe solche Sachen. Bei aller Macht der Sowjet-Armee. Warum kämpfen nur wir? Bist du noch da? Jawohl. Connection lost. Ich bin hier. Connected. Okay, mich hat es gerade rausgehauen. Bist du nur im Spiel, oder? Durch einen Bären bist du ziemlich schlecht gelaunt. Äh, bist du nicht? Spielt jetzt der Computer weiter oder was? Ich glaube schon. Ne, ich gehe jetzt raus. Okay, Moment. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann man das machen? Warum lässt mich der Computer nicht beenden? Okay, jetzt hat er mir den Defeat gegeben. Moment. Und dann machen wir das halt einfach nochmal in der Hoffnung, dass uns diesmal die Verbindung nicht abschmiert. Ist da wieder einmal ein Internet-Leadchen? Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, General. Der Premierminister hat die Neutralisierung des japanischen Kaisers anordnet. Okay, ich bin bereit. Okay, dann halt nochmal. Greifen Sie Kaiser Yoshiros Palast an. Das ist wirklich toll. Naja, nicht, dass das ein großer Aufwand war, aber... Invasions-Truppen nähern sich. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich weiß, ein Invasionsherr sieht etwas anders aus. Aber sie müssen den Kaiser finden. Ich veranlasse, dass sie Verstärkung bekommen. Neues Einsatz für die Erde. Wie soll ich alleine gehen? Im Schloss wimmelt es von Wachen. Schleichen Sie sich in den Garten und suchen Sie den Kaiser. Bin an den Garten. Natürlich. Äh, sind nur noch wir übrig? Schon gewonnen? So viele Truppen vom Reich. Wie sie befählen. Mich überfahren lassen. Rücke vor. Voll daneben geklickt. Ich warte auf den richtigen Moment. Halt. Wie sie befählen. Da. Mit einem Rekruten braucht man sich hier nicht wirklich mit anderen Einheiten anlegen. Wie sie befählen. Rekruten sind die schwächsten Einheiten im Spiel. So schnell ich kann, hier komm ich durch. Nur von denen, die kämpfen können. Wie sie befählen. Mann, ist das langweilig. Ich wünsche dich wie auf einer schwimmenden Festung. Wie sie befählen. Lenken Sie die Truppen ab, um sie vom Garten wegzulocken. Neues Einsatzziel erhalten. So schnell ich kann. Wir marschieren zum Sieg. Ich hab gehört, die Geisha des Tenors will eine Runde schwimmen. Rücke vor. Einsatzziel erreicht. Natürlich. Da. So. Jetzt aber. Neues Einsatzziel erhalten. Natürlich. Schon gewonnen? Bei aller Macht der Jovjet-Armee. Warum kämpfen nur wir? Das sind schon wieder drei Chat-Tangos. Da. Warum patrouillieren die überhaupt? Zehen doch gar nicht. Hm. Gute Frage. Der Bär hat Hunger. Endlich ein echter Kaffee. Hunger. Bärenfleisch. Einsatzziel erreicht. Oh. Wo wollen die denn jetzt? Dachten Sie wirklich, es wäre so einfach, einen Gott zu töten? Sie werden mich um Verzeihung bitten, bevor das hier vorbei ist. Dank der Ablenkung durch unsere Vorauskommandos konnten unsere MDFs in der Nähe landen. Setzen Sie unsere Apokalypse-Panzer ein und errichten Sie eine Basis, um zurückzuschlagen. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Neues Einsatzziel erhalten. Sie haben jetzt Zugriff auf den robustesten Panzer der Welt, den Apokalypse-Panzer. Yay, Apokalypse. Feindliche Einheiten entdeckt. Sie kämpfen völlig unbeherrscht. Sehen Sie mir zu. Dann verstehen Sie vielleicht, was es heißt, ein Commander zu sein. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich glaube, der hat nicht... Ja, keine Ahnung. Der BPO schlafen ist doch mal. Neue Bauoptionen. Die Tumanda. So. Das brauche ich für die nochmal. So, das kann man noch. Wird gebaut. Abgebrochen. Wird gebaut. Ihr Mann können uns stoppen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Apokalypse-Panzer macht doch voll ein auf Badman, oder? Wird gebaut. Wo sind Sie? Wören Sie ihn ingeniert? Was? Borturm erobert. Borturm erobert. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ich habe das letzte Wort. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Aha. Sie werden alle rennen. Sie nehmen ihr Schicksal nicht an. Wo sind Sie? Aus dem Weg. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Die Sender. Niemand kann uns stoppen. Der Tag ist gekommen. Ein Sammler wird angegriffen. Heute wird die Affirmente Zerstörung. Oh, das hat... Na ja gut, es war ein schlechter Fast-Tag, den ich auch hingeflegt habe. Oder ist ein schlechter Fast-Tag, den ich dahin lege, weil der Baukran fehlt. Kein Presskran gebewohnt. Ja. Kannst du nicht. Korr, voll lubig. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. Aber ich müsste noch einen Presskran bauen. Wegen der Reparatur halt. Ist das schon alleine. So, mal schauen. Mig bereit für Erkundungsflug. Wird gebaut. Ich bin einsatzbereit. Ach ja, genau. Wird gebaut. Mig bereit für Erkundungsflug. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Infiltration geortet. Mig bereit für Erkundungsflug. Instrument der Zerstörung. Die Rache. Wo ist der Feind? Du und mich. Eine Einheit wird angegriffen. Steh auf und kämpft. Mig bereit für Erkundungsflug. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Jetzt wollen sie meine Gebäude alle entdeckt. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Turmblade Inspektion abgeschlossen. Das sind ihre letzten Sekunden. Unser Verbündeter hat angegriffen. Bau abgeschlossen. Unser Verbündeter hat angegriffen. Oh Mann. Es wird Zeit. Wo ist unser erstes Ziel? Turmblade Inspektion abgeschlossen. So. ... wird gebaut wird gebaut eine Einheit wird angegriffen OneBlade Inspektion abgeschlossen OneBlade Inspektion abgeschlossen Heute wird abgerechnet und der Stiftung wird angegriffen Unterbrochen Eine gute Wahl Ihr Ende naht Dachten Sie wirklich Sie könnten hier irgendetwas ausrichten mit Ihrer Armee von Zirkus Clowns? Feindliche Infiltrator geordnet Umzureichende Mittel Eine Einheit wird angegriffen Bau abgeschlossen Es ist eine wunderschöne Armee von Zirkus Clowns Wird gebaut Wo sind sie? Unterbrochen Wo ist denn? Wird gebaut Denn Nicht denn Unzureichende Mittel Wird gebaut Unser Verbündeter wird angegriffen Dieses Gebiet gehört uns Wir warten Wo sind sie? Eine meiner Apokalypse-Pfandse ist schon auf Doppel-Level Das finde ich toll Neues Einsatzziel erhalten Unzureichende Mittel Unser Verbündeter wird angegriffen Unser Verbündeter wird angegriffen Unzureichende Mittel Unser Verbündeter wird angegriffen Unzureichende Mittel Verr 괜찮et Unser System Unser Authentiz Wir warten Aus dem Weg Unterbrochen Feindliches Kommando geordnet BAU abgeschlossen гли Jetzt wird gesammelt. Die Rache naht. Heute wird abgerechnet. Aufsehen. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen.